Joggen aber die gibt es ab du musst noch so viele töten bei die Seiten sind egal aber in der Mitte nein 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 da ist noch einer dass er sich da gesprengt leichtes Spiel Flo ist da und er ist leicht warum finde ich denn kein besseres Schwert man da ist noch ein Skelett bei dir bei dir auf der Seite aber da wo du bist gerade Happy Birthday Alexis Happy Birthday to you Ja wir nehmen gerade auf ja viel Spaß da noch mal gucken haut rein tja User left your channel so aber wir können nichts mehr bauen toll ach fuck warte ich jetzt bau nix ich hab die abgebaut mit ich was bauen kann ne dann verstärken wir halt dann mach ich jetzt den feuerturm auf jeder Seite weil der ist der beste das bringt zwar nix dass ich das jetzt auch wusste weil die sind eh unvisiv weil die filme übernimmt ja jetzt habe ich den entfernt richtig das wollte ich jetzt tun reparieren was tue ich denn hier nein ich verkaufe mhm hm hm gibt's noch irgendwo ne kiste ich brauche jetzt noch eine ja ich brauche jetzt noch eine ich kann dir aber gleich mal einer geben Also 21 bräuchte ich, dann könnte ich den aufrüsten Ich will den hier, den Feuer... Ne, hab ich den jetzt schon? Weil wir sind alle Türme bei dir aufgerüstet Ich will nur die Feuertürme aufrüsten Ich glaub, der hier fehlt Weil wir sind alle Feuertürme aufgerüstet und Eis Und Schilde bei dir Naja, egal jetzt Wird sowieso leicht Weiter mal noch nicht bereit, ich muss hier noch eins verstecken Okay, du hast... Du hast noch einen Helm Oh, nice Ja, Junge, ich brauch den Ach so, kriegst du dann gleich wieder Ja, das vergisst du gleich, mach mal jetzt Ja, wo ist denn hier dieses Teil? Wo ist die Jukebox? Da ist die Jukebox Ja, den muss ich jetzt aussuchen Wie sah der denn aus? Äh, wie jeder andere War der braun? War der grau? Ja, braun Dann war's denn wieder der? Aber der könnte sogar sein Irgendwann ist er besser Ja, das war der einzige braune Helm, mit dem ich... Ja Komm raus Ah, was tue ich hier Was kommt bei mir? Mir kommt so ein epischer Soldat Er springt hoch, er springt hoch Oh, 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 oh Töte doch den Selbstmordler Alter Geht ja auch nicht so Ja, ich kann einfach schnell gehen Und töte die Das So sterben die immer direkt Es kommt überhaupt nichts an die Hilde Bei mir kommen schon zwei dieser Assassin oder wie das Was ist denn, Alter? WTF? Boah Das hätte jetzt auch anders ausgehen können Die kommen immer Oh, ich will einfach mal dieses Schwert hier nehmen Was ist das für ein Scheiß? Jetzt braucht ihr natürlich mein Schwert Mein episches Hilf mir, Alexis Ich hab so ein mildes Schwert genommen Weil ich gucken wollte, wie es aussieht Was ist das denn? Das sind so Machos, Mann Ja, was geht bei dir denn immer ab? Da, bei mir ist Mitte Ja, warum hab ich das Schwert hier genommen? Also, das war jetzt fail, Mann Eigentlich könnte ich die ja alle hier runterschubsen Aber irgendwie wollen die nicht Dann geht man so da rein und macht hier seine Atex, Mann Atex macht man dann Atex, guck Atex macht man dann Atex, Junge Atex Bam, ey In Space sag ich da nur Nimm noch nicht alle Zimmer Die letzte Welle Die letzte Welle war das nicht schon? Nein Oh, ich dachte, das war schon die letzte Welle Ja, passt Zwei Folgen Jetzt mit der letzten Welle Ähm Alter, wie viel Städte wäre immer Du bist schön, gut das Haus Und dann schiefst du mal Und dann schiefst du mal Hier in der letzten Welle ist es Oh, ich habe den gleichen Aber ich sage jetzt rom prince, ich habe mir das Wort Und dann schiefst du mal Und dann schiefst du mal Und dann schiefst du mal Andere Schild muss ich mal alleine machen. Okay, das ist das Schild, was ich gerade hatte. Dann habe ich das. Mal vergleichen. Das macht. 59 Schaden. 52 Dings. Und wieder mache ich 24. Ja, sprech dich aus. Ich bin gerade am überlegen, soll ich lieber für meinen Rundschaden, diesen Schlag, diesen Schüchüchüch, einen mehr? Oder sollte ich eher für meine Türme? Nee, ich spalte das Schwer, das Grüne hier. Das nehme ich jetzt. Ob ich nicht in der Versuchung komme, verkaufe ich alles hier. Ah, der ist noch nicht aufgewertet. Ich, äh... Hier ist nochmal so eine fette Axt. Ich habe ein neues Schwert. Ja, sieht man. Ja, du musst aktivieren, ja. Ich bin noch nicht, ich muss noch aufrüsten, aber hier ist irgendwie keine Mana mehr. Ja. Ja. Hast du noch Geld, um aufzurüsten? Jetzt lagts bei mir gerade. Geld? Nee, aufrüsten geht nicht mehr. Ja, okay. Dann können wir jetzt bloß legen lassen. Also ich könnte dir noch was geben, wenn du das... Hast du alle Trons schon eingesammelt? Ja. Egal, die zwei Türen wir schaffen das auch so. Die anderen machen jetzt 400 Schaden, der eine 300 ist fast. Ja, das wird schon klappen. Ja, nur ganz optimistisch. Optimistisch. Oh, ein Oga ist verschieden. Oh, puh, bei mir. Oh, bei mir kommt schon wieder diese S10, Mann. Was soll dieser Scheiß denn? Und was werde ich denn jetzt abgeschossen, bitte? Bei mir kommen immer diese Jumper-Dinger da. Ja, Alter. Pew, pew, pew. Jo, bei mir ist der auch gerade. Der hat zu viel Leben. Ich muss mich auf den Oga konzentrieren. Ja, bei mir waren es vier oder so. Ich komme zu dir, Mann. Der Oga hat noch 16.000 Leben, Alter. Der geht so langsam runter. Hau auf den Oga, hau auf den Oga, Junge. Ja, mach ich doch. Der geht so langsam. Das Schild hält das noch aus. Ja, jetzt hittet er mich. Er muss ihn jemand anders aggro ziehen. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Ich fliege jetzt nicht raus. Ich fliege jetzt nicht raus. Bei mir bist du noch da. Ich fliege raus. Ich fliege raus, 100 pro. Nichts bewegt sich mehr. Der Oga ist down. Bei mir bewegst du dich. Oh, jetzt bin ich wieder drin. Ich schieße zwar noch die ganze Zeit, aber... Jetzt musst du wieder mit deiner Lage alleine klarkommen. Boah. Ich bin wieder bei mir. Ja, geht ja auch jetzt. Ich muss ihn gegen Boblitz gehen, muss er. Oh, lame shit, man. Alter, wie viel Leben haben die Goblins denn allein schon? Ja, wie viel Leben. Ja, wie viel Leben haben die Goblins denn allein schon? Junge, was hast du denn für Probleme? Ich rush da rein und die sind weg, man. Ja, eben. Ich bin Magier, Bro. Ich kann nicht reinrushen. Aber du kannst jetzt eben so voll... So, PAM! Und dann das meiste weg. Ja, ich muss die ganze Zeit spammen. Das macht nicht so richtig viel Schaden. Ich krieg den Priester nicht dauernd. Er heilt sich einfach nur. Ah, doch jetzt. Jetzt treff ich. Ah, du kämpfst grad mit dem Letzten. Aber mir ist alles weg. Wir sammeln erstmal alles ein, weil wenn... Wenn die Runde zu Ende ist, kann ich nichts mehr einsammeln. Okay, dann töte ich ihn jetzt. Oh, wie kaputt das hier alles ist. Woho! Okay, neues Level. Geh, nice. Ja. Das Mana, was du jetzt zum Schluss einsammelst, das kriegst du als Geld, ne? Ja, ich weiß. Oh, du warst der wichtigste Spiegler. Wie süß. Ja, ich hab... Wie viel ich da auch zu tun hatte. Ja, genau. Er leckt sich in die Stachel rein. Ja, aber ich springe und auf einmal werde ich so... Ey, mein Stab hängt da in der Luft. Lol. Ah, jetzt nicht mehr. Na ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis, ciao.